Hat der Kerl mich gerade geroneshottet mit was auch immer? Wo bin ich? Ah ja doch, meine Gesundheit muss ich regenerieren. Zack, ich sah jetzt hier wieder so ein mächtigeren Baskamp. Wo kamen eigentlich die Kerle hinter mir her, da war niemand. So, dann speichere ich doch gleich mal, während die Kerle alle von mir weglaufen, um nichts zu machen. Ja, whatever. Er schlägt da den Kerl vor sich eigentlich mit den Stühlen. Weglaufen bringt nichts. Ach, dann lass ich den netten Jungen doch mal am Leben. So, dann jetzt hier wieder. Kann ich den Teil jetzt irgendwie mitnehmen? Nö, natürlich nicht. Oh, da war wieder ein mächtiger Schock-Effekt. Ich wette, ich erschrecke mich jetzt bei irgendeinem, wenn es dann übelst die Blamage für mich. Oh, wo kommt der nette Herr denn her? Eigentlich hätte das hier halbwegs detailrecht tun. Oh, lecker. Wenn das Ganze hier Detailrecht tun hätte, dann müsste eigentlich der Schuh auch blutig werden. Oh, da haben wir den Psycho mit seinem... Oh. Kann ich ja gleich mal demonstrieren. Und jetzt ist er in Einzelteilen. Und das ist witzig. Warte. Kann ich das Benzin eigentlich mitnehmen? Nee. Benzin ist ja so die... Das ist das, wofür Postal 2 berühmt geworden ist. Möchte ich mal behaupten. Das Benzin, die Benzin-Effekte... Ah, ich kann hier schneller, indem ich springe. Oh. Sonst, die mich erschrecken sollen. Warum? Ich meine, wenn das... Wenn das storymäßig wenigstens nicht Sinn machen würde, aber... Aber macht's ja nicht. Das Viech taucht einfach auf und... Möchte F***er! Der Part gerade erinnert mich jetzt fast schon an Manhunt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert er mich an Manhunt. Aber man hat hier überbrutale Waffen. Und die Gegner sind auch nicht gerade... Standardmäßig ausgerüstet. Und man killt möglichst brutal. Ach, der hat nur noch einen Namen, dann kann er mir egal sein. Oh. Egal. Hat er gerade gesagt, Officer Doan? Die haben ja einfach die Sounds aus Postal kopiert. Der hier lebt auch noch. Tod. Viel Glück. Tududududududududdu. Tududududududududududu. Ich bin Malik a.k.a. Killalarm und ich zeig euch wie ich mit dem Meat Cleaver umgehen kann. Ich bin ein Mann, der brutale Spiele spielen kann. Eigentlich bin ich noch nicht mal ein Mann. Wie ich hier zugespampt werde mit diesen Health-Pilen. Oh, oh shit. Oh, ich hab den verpasst. Silly me. Den Kerl ignorier ich mal. Boah, zack. Habt ihr noch? Aua! Arschloch! Aua! 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 Oh, und das schreit doch gerade zu Danach ein Feature aus Postal 2 auszuprobieren Das Pippi machen Ach, das hat man jetzt gar nicht gesehen, weil die Kamera so früh ausgeblendet hat Hier, so sieht das aus Hihihi Mal schauen V Oh Ähm Das steht für Vanilla ohne Mod Ja, wie auch immer Ich find's lustig, dass das Teil hier auf einmal sauber ist Nachdem ich Ein bisschen die Wand angepinkelt hab So, ich glaub ich muss jetzt wieder hoch Ein bisschen Aua Ein bisschen Backtracking wieder Ja, ich packe jetzt auch mal die Klaut aus Wow Weil wenn ich einmal Für einen Maus klick, werden gleich beide Waffen nacheinander abgefeuert Also ich klicke jetzt einmal Zack Ah stimmt, hier waren ja noch übelst viele Hauf Hauf Items Die kann ich natürlich alle mitnehmen Die teilen sich die Munition mit der hier, das find ich ziemlich bescheiden Realistisch, aber bescheiden Was allerdings Ja doch, man muss nachladen Das muss man nämlich in Postel nicht Hey Hey Dann behalte ich doch die hier, wenn die One shottet Und aus dem wesentlich Akkurater zielt Ja Achso Da ist die Explosion Oh nein Oh nein Okay, sie One shottet doch nicht Woooah nya Da hab ich jetzt noch tatsächlich ein wenig Gesundheit verloren Ah